Hallöchen Leute und Willkommen zurück zu The Walking Dead Season 2. Wir starten jetzt in die letzte Episode. Kein Schritt zurück. Los geht's. Ich brauche nur ein Minute. Ich sollte dich aus der Mühe von dir, dann. Ich schau mal auf Kenny, jetzt. Er ist einfach... Er ist verletzt. Und die Menschen verletzt werden. Hier. Danke. Wenn die Dinge anfangen zu Ende, dann nicht sie sich mit ihnen verletzen. Ja, diese Entscheidung mussten wir leider treffen. Ob wir sie erschießen oder jemanden nach Hilfe fragen. Und was geht jetzt ab? Wir haben jetzt beide an der Seite rum, ne? Ich weiß nicht, wie gut von denen wurde, um welche getroffen. Halt die Fresse. Ja, richtig. Oh nein. Wir müssen das Baby nehmen. Ja, sieh mal. Okay, okay, wir müssen etwas machen, y'all. Wir können hier einfach sitzen hier und den Mannen nehmen uns, bis er ausmacht wird. Also, du bist über das, und du bist das. Ja, okay. Du musst jetzt nicht besser werden, als es bereits ist! Du kannst einfach gehen! Ich bin dein Geist! Du bist scheiße! Du bist so ein Englisch, Mann! Englisch, motherfucker! Ja. Ich will jeden von euch! Okay, danke. Wenn ich einfach über die Seite der Wallen komme, kann ich vielleicht einen Angeln auf diesen Mann bekommen. Hör mich, okay? Schießt auf den Wald. Ja, okay. Gut, gut. Ich brauche nur die Distraktion, okay? Okay? All right, auf mein Geist. Hey, was du... Luke, nein! Oh Gott sei Dank. Luke, ich bin sorry. Es ist nicht dein Geist. Ich habe mich in den Legen, aber... Ich denke, ich denke, ich gehe direkt durch. Scheiße, ich weiß nicht. Ich werde gut sein. Ich denke, ich werde gut sein. Ich werde gut sein. Freue mich hier, weil ich einen Böcke in dieses Kinder sind. Schuhe! Entschüss, bitte. Ich werde besser gehen. Es sind die intellectuelle Hände! Entschuldigung! Get out of here! Right fucking now! There's a machine from Natasha! Du bludak! Du bludak! Du bludak! Get out of here! Hey Stan, let me go! I have to look if everything is okay! Stop swirming dammit! Ah! 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 Was? Jane? Ah! 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 Safe to come out! Here, I got him. Here I go! Yes? Yes, please. Jesus Christ. That was, uh, that was intense... I thought... Nah, I thought that was it. Yeah, it was for these assholes. Was machen wir jetzt im einen? Wie ist das? Was 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 ist das? Gunpoint? Was ist das? 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 Ah, das war nicht. Du auch warst. Irgendwie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Minus Freund lea. Hm? How did we get here? What do you mean? Sitting in the snow. Leaning up against a tree. A bullet in my leg. But alive. And so many of my friends are dead. For no good reason. And I couldn't do anything to stop it. Everyone we set out with just gone. Nick, Pete, Alvin and Becca. Carlos, Sarah. And for what? You can't blame yourself. It wasn't your fault. Oh, completely. All of his group members are already dead. And I have to live with you. Okay, this should work. It's perfect. What did I miss? Hm? Nothing much. You know, complaining mostly. I was just mentioning how cold it is lately. Yeah. Good thing you got that cool jacket, huh? I'm sure most of that will come out with a little soap and water. I'm fine. Hey, Clem. Go over and see if you can change the bandages on Kenny's wound. I offered, but I don't think he was comfortable with me doing it. But you know him better than I do. Maybe he'll let you do it. Okay. Atta girl. That's gonna sting, but only for a second. It's gonna clean it. Oh, I know what it does. It's gonna suck. Gotta get done. Go on. You can do it. Go on. I was thinking we'd go with Alvin Jr. What do you think? Rebecca mentioned she'd like to name him Alvin if it was a boy. I mean, Rebecca was so out of it she hadn't settled on her name. Yeah, that's pretty creative. It's not about being clever. It's about honoring a good man. And giving the boy someone to look up to. Alvin Jr. it is. Did you like that? Well, I think AJ approves. What have you got there? Because I think I'm all right. I mentioned it earlier. Bonnie. Can I change your bandages? You shouldn't have to do stuff like this. You shouldn't have to do a lot of things. All right. Let's get it over with. Hopefully it don't scare this little guy. Or you. So how does it look? I still gonna be pretty when this heals? I'm glad Carver's dead. We saw to that, didn't we? Okay. So... I'm guessing this is gonna be the shitty part. It might sting a little. You think? Holy fucking hell! You need to stop squirming. Yeah. Yeah. Okay. You're right. Sorry about the language, Jr. You're gonna be tougher than me when you're grown. Ich hoffe, dass du mehr ein Junge bist als ich bin. Mann, das ist so nett. Es wird schwer sein. Wie sein Vater. Alvin hat es nicht gesehen. Aber ja, der Mann hatte ein Paar. Du bist richtig, dass ich mich aufzunehmen. Ich kann nicht glauben, dass ich Alvin bereit war, nur um ein bisschen länger zu halten. Wir sollten ihn wiederholfen. Wir haben ihn aus dem Camp. Ich denke, dass ich immer wiederholfen habe. Ich denke, dass ich immer wiederholfen habe. Ich denke, dass ich Alvin hier bin. Alvin sollte hier sein, um diesen Mann zu erinnern. Es sollte ihn sein. Das beste, was du für Alvin und Rebecca ist, um ihn zu erinnern, zu erinnern, dass er sicher ist. Ich will auch. All done. Thank you, sweetie. Yep. Are we ready to go? Let's head out. Is that it? Hey! I'm talking to you! What? It's... It's what? What do you mean, what? The place you're fucking taking us. Arvo, that's not what you're taking us to, right? How much further is the house you were talking about? Answer her, goddammit! Still more work, some more hours. Goddammit! I knew this was gonna happen. This guy fucked us. Thank you. Don't mention it. It's getting dark. Maybe we should stop for the night. This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole time. You don't fucking know that. Luke needs a break. We probably all do. Look, I'll do whatever you guys want, okay? But I could use the rest. It'd be safer to rest in there, where there's a fence. Can we just try and have a calm, quiet night? Please. That sounds nice. Yeah. Yeah, it does. Oh, shit. Sorry about that. It's alright, buddy. It's alright. If we're staying, we should scout this place out. Alright. Y'all wait here. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. I'll go with you. See if, uh, see if you can calm him down a bit. No. That's all you. Wouldn't have guessed that'd work. Me neither. I think he likes you. Calmed right down for you. He's cute. Yeah. He is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born. That's true. They usually look like weird little aliens. Here, I got them. Okay, good, I'm gonna say, we'll be next time for the walking dead season 2. Bye. Bye. Bye.